Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo über die aktuellen Funktionen des neuen Streambottes auf Twitch. Und zwar habe ich mir die letzten Tage einen neuen Bot eingerichtet, der viele Neuerungen mit sich bringt. Einiges wird klar beim alten bleiben und mit diesem Infovideo möchte ich euch ein bisschen die Funktion zeigen, damit ihr nicht ganz auf dem Eis steht, wenn morgen der Livestream ist. Es wird ein bisschen mehr Abwechslung in den Chat reinbringen. Ich denke auch ein bisschen mehr Spaß. Das heißt, die User haben Interaktionen, während sie den Stream schauen. Das finde ich immer cool, muss ich auf jeden Fall sagen. Dann ist der Stream nicht zu langweilig, was ich aber sowieso nicht denke, dass er das ist. Auf jeden Fall möchte ich anfangen. Es wird ab sofort eine Währung geben, die ihr sammeln könnt. Die Währung wird Kartoffeln heißen. Das heißt, ihr sammelt während des Streams Kartoffeln. Das Ganze könnt ihr nachschauen mit dem Command Ausrufezeichen Kartoffeln. Dann sagt euch der liebe Bot, wie viele Kartoffeln ihr habt und wie viele Stunden ihr schon zuschaut. Ein Regular bekommt beim ersten Reinschauen in den Stream 100 Punkte gut geschrieben und hier seht ihr, ihr bekommt alle 5 Minuten 25 Punkte und zwar bei dem Online-Intervall. Es gibt, ich habe auch mal ein Offline-Intervall eingestellt, da bekommt ihr alle 30 Minuten 10 Punkte. So, zusätzlich Subscriber bekommen 5 Punkte mehr. Alle 5 Minuten, Moderatoren auch und Aktive bekommen 1 Punkt mehr. Wer ein Follow da lässt, bekommt 100 Punkte, wer ein Subscriber da lässt, bekommt 1000 Punkte zugeschrieben und wer ein Host da lässt, 100 Kartoffeln. Ich sage immer Punkte, ist ja eigentlich falsch, weil ihr sammelt ja Kartoffeln. Gerade eben habe ich es noch gesagt, mein Gott. Genauso wie bei einer Donation, da gibt es 50 Punkte pro Euro. Das ist mal die Hauptübersicht, damit ihr mal einen groben Einblick habt. Das heißt, wenn ich live bin, habt ihr mindestens 300 Kartoffeln pro Stunde und maximal 423. Das heißt, 423 werden wahrscheinlich Moderatoren bekommen, denke ich mal. Und als normaler Regular bekommt ihr 300 Punkte pro Stunde. Genau. Dann würde ich euch gleich mal die 4 Mini-Spiele erklären, die es ab sofort im Chat geben wird. Und das erste ist eine Art Heist. Und ich habe das Ganze als eine Erntemission durchgeführt. Und zwar könnt ihr dem beitreten mit dem Ausrufezeichen ernten. Wenn ihr sozusagen dieses Ding startet, müsst ihr noch einen Betrag dahinter setzen, wie viele Kartoffeln ihr gerne ernten möchtet. Das heißt, wenn ihr 500 Kartoffeln ernten möchtet, dann macht ihr Ausrufezeichen ernten und dann ein Leerzeichen 500. Dann können weitere User dazu joinen, die mit ernten möchten. Und das Ganze wird zwei Minuten, nachdem der erste Befehl gekommen ist, automatisch gestartet. Ihr könnt maximal 5000 Kartoffeln ernten. Und dieses Spiel könnt ihr alle fünf Minuten durchführen, nachdem es beendet wurde. Wichtig dabei zu sagen, es gibt eine bestimmte Gewinnchance, die ihr bei diesem Spiel habt. Das heißt, ihr werdet nicht immer alles ernten. Es kann auch sein, dass ihr nämlich nichts bekommt. Dann spuckt der Bot einen netten Text aus. Den möchte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Aber ihr werdet auf jeden Fall alles von dem Bot mitbekommen. Er wird euch auch markieren. Und falls ihr gewinnt, bekommt ihr 50% mehr, als ihr gesetzt habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 1000 gesetzt habt, bekommt ihr zum Schluss 1500 Kartoffeln raus. Das nächste Spiel nennt sich Duell. Da könnt ihr mit dem Ausrufezeichen Duell-Leerzeichen und den User-Namen einen anderen Spieler zum Duell auffordern. Da könnt ihr so viele Kartoffeln setzen, wie ihr möchtet. Der andere Spieler muss das aber bestätigen. Das spuckt aber auch der Bot alles aus. Das ganze Spiel kostet 200 Euro pro Person. Das heißt, ihr spielt nachher um 400 Kartoffeln. Und dieses Duell könnt ihr gegenseitig alle 5 Minuten machen, aber ich könnte mich natürlich dauerhaft mit jemand anderem duellieren, falls ihr das möchtet. So, dann gibt's eine Free-for-All-Arena. Das ist unsere Paintball-Arena. Wer gerne Paintball im Chat spielen möchte, das kann das ganz einfach machen, und zwar mit dem Ausrufezeichen PAINTBALL. Wer hat's denn erwartet? Der Eintritt kostet 100 Kartoffeln. Es kann jeder mitmachen. Ihr müsst mindestens zu dritt sein, ansonsten startet das Spiel nicht. Und auch hier genau das Gleiche wie bei dem Heist, also bei dem Ernten. Ähm, sobald der erste Paintball eingegeben hat, startet die Zeit, und nach zwei Minuten sagt der Bot, okay, es sind genug Leute da, oder es sind eben nicht genug Leute da. Ja, und dann sagt der Bot auch alles Weitere, er teilt dann auch das Ergebnis mit. Logisch, Free-for-All heißt ja eigentlich, da könnt ihr dann, da könnt dann 10 Leute reingehen, und am Ende wird einer überleben. So, und der bekommt dann, je nachdem wie viele Leute mitgespielt haben, er bekommt dann die Anzahl Kartoffeln zurück. Dann das Letzte ist das sogenannte BOSS-Battle. Also, da könnt ihr gegen mich antreten, mit dem Ausrufezeichen Chef. Dieses Spiel ist ebenfalls alle 15 Minuten, ähm, möglich. Hat ebenfalls ein Start-Delay von zwei Minuten. Das heißt, sobald der Erste dieses Ausrufezeichen Chef eingibt, beginnt das. Und es kostet euch ebenfalls 100 Kartoffeln. So, es gibt verschiedene Arten von Bosse. Und zwar ihr selber, äh, hier seht ihr es, ihr selber habt 100 Leben. Ihr, ihr habt ein Attack von 50, ein Dodge, äh, von 10, Entschuldigung. Ein Dodge von 10 und ein Defense von 5. Und zwar jeder. Dann gibt es noch die Bosse. Und zwar wäre das einmal der kleine Kartoffel-Dieb. Haha. Und zwar geht es von 2 bis 10 Spielern. Da bekommt ihr 1000 Kartoffeln raus. Und ich habe alles hier so eingestellt mit dem Attack, Dodge und Defense, dass der Bot immer eine 50%ige Chance hat zu gewinnen. Und das bei allen. Deshalb nicht wundern, dass der hier mal mehr Health hat, äh, aber auch weniger Attack und alles mögliche. Und, ähm, die größeren Bots kommen natürlich, wenn mehr Spieler dabei sind. Aber das werdet ihr auch alles merken. Wir haben alle Funktionen bereits im Chat probiert. Und es macht wirklich Spaß. Also wenn da wirklich mal 15 Leute da sind, die wirklich Bock auf so Minispiele haben. Ich denke, das wird richtig, richtig lustig werden. Genau. Das waren die 4 Minispiele. Und ich hoffe, es ist jetzt doch am Anfang nicht zu viel. Ich habe lange überlegt, ob ich wirklich alle 4 mit reinnehmen soll. Ich mache es jetzt mal am Anfang. Falls es irgendwie ein Durcheinander ist, ähm, dann werde ich wahrscheinlich 1 rausnehmen oder sogar 2. Äh, je nachdem wie oft die natürlich gespielt werden. Aber probiert es gerne mal morgen im Stream aus. Und dann werdet ihr eure eigenen Erfahrungen damit machen. So, die Songrequests werden ab sofort auch über diesen Chatbot laufen. Äh, das Gute ist, ich habe hier wieder YouTube und Spotify. Bei diesem Streambot kann ich aber nicht einstellen, ob ich, ähm, YouTube oder Spotify präferiere. Wir haben mehrmals getestet. Also, wenn man so wie früher zum Beispiel Ausrufezeichen Songrequest und dann irgendeinen Namen eingegeben hat, so wie wir früher gemacht haben, zum Beispiel Weird Russian Singer oder Tunak Tunak Tun. Das findet er leider nicht mehr. Das heißt, ihr müsstet ab sofort den Umweg gehen und müsstet den Link posten. Das heißt, mit Ausrufezeichen Songrequest oder auch Ausrufezeichen SR ist beides möglich. Könnt ihr mit einem Link von Spotify oder YouTube die Musik requesten. Das Ganze kostet noch nichts. Da bin ich mir am überlegen, ähm, ob ich das einführen soll, damit nicht irgendwelche Kacke gepostet wird. Aber ja, die Regulars haben die Möglichkeit ein Veto gegen den Songrequest einzusetzen. Und die, ähm, jeder hat auch die Möglichkeit ein Skip zu verlangen. Das Ganze, äh, ein Skip kostet dabei 100 Kartoffeln und ein Veto 500 Kartoffeln. Genau, Moderatoren sind die einzigsten bei mir aktuell, die die Möglichkeit haben 8 Songs zu requesten. Subscriber 5 und alle anderen 4. wird sich vielleicht auch noch was ändern. Ich kann es euch nicht sagen, das sind jetzt so mal die ersten Einstellungen, die ich so habe. Dann möchte ich auch an jedem Ende von einem Stream ein Giveaway machen. Da müsst ihr einfach mit Ausrufezeichen Giveaway beitreten. Und dabei kostet ein Ticket 100 Kartoffeln. Und es gibt maximal 30 Tickets, ähm, Quatsch, ein User kann maximal 30 Tickets kaufen. Und sobald ich, ähm, dieses Ausrufezeichen Giveaway mache oder starte, habt ihr 10 Minuten Zeit dort beitreten. und dann habt ihr jeweils am Ende von einem Livestream die Möglichkeit 2500 Kartoffeln einfach so zum Abschluss des Streams zu gewinnen. Und falls ihr euch fragt, ja, für was brauche ich denn so viel? Wartet mal ab, vielleicht gibt es ja noch ein paar Änderungen, ja, dass, ich weiß nicht, die Minispiele teurer werden, dass Songregress vielleicht bald was kostet. Also auf jeden Fall nicht denken, dass das umsonst ist. Ich möchte damit ein bisschen Spaß in den Chat reinbringen. Ich möchte ein bisschen Spaß allgemein in den Stream mit reinbringen. Ich möchte euch da mehr mit reinbinden, damit ihr ein bisschen Interaktionen im Chat habt. So, die Comments bleiben alle die alten. Hier nochmal die Grundübersicht. Falls mal irgendjemand das Problem haben sollte, dass bei ihm die Kartoffeln nicht angenommen werden, dann schaue ich mir das Ganze nach dem Stream mal an und ich weiß ja, wie lange ihr dann etwa da gewesen seid, dann schreibe ich euch das zu. Jo, das war's eigentlich mit allen Neuerungen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Input auf einmal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen im Livestream sehen würden. Start ist zwischen 15 und 16 Uhr. Da könnt ihr das gerne dann alles ausprobieren. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.